Bei Basiliskontur ist es heute ja ganz hoch hinausgegangen. Wir waren in Ebtiger bei der Mineralquelle des Ebtiger. Mineralwasser. Die machen auch Pepita. Ja genau, das sind die, die auch Pepita machen. Das Gedenke mit dem Papagei. Das ist der Papagei, der hier auf dem Flaschen ist. Ja. Den gibt es hier in der Fabrik. Wenn die hier in einem Büro ist. Ja genau, den Papagei gibt es. Ja, weißt du nicht? Nein, sicher nicht. Schade. Nein. Popagei. Popagei. Geht doch...